herzlich willkommen zurück bei starstable ja heute hat was ganz tolles begonnen ich kenne das zwar auch von anderen mmos aber ich habe es bisher noch nicht in starstable kennengelernt und zwar beginnt heute das kartoffelfest hieß es glaube ich ich habe da auch was zu gefunden bei meinen quests wo war das jetzt reife kartoffeln hier steht der ort malis farm das problem ist dass ich keine ahnung habe wo malis farm ist südhof ernte feldprovinz ich habe jetzt im internet was gehört von golden hills da soll es wohl gewesen sein im moment golden hills valley das ist da oben ich bin natürlich jetzt komplett da unten ich hoffe nur da kommen da gar nicht hin das ist doch gemein leute ganz ehrlich ich kann jetzt mal den ganzen weg dahin reiten um zu sehen weshalb wir da oben jetzt nicht hinkommen also hier unten das müsste der teil mit der brücke sein wo wir noch nicht ganz durchkommen da muss ich auch noch was zu sagen und zwar habe ich ganz fleißig aufgenommen dummerweise hat war die festplatte voll auf der ich aufgenommen habe und mein pc hat das ganze dann nicht mehr gespeichert dank des super tollen programms weil wenn man keinen platz mehr hat dann macht er einfach so lange weiter bis voll ist und löscht dann quasi die datei ohne zu speichern das ist bekloppt aber es ist leider so dementsprechend ja ist die ganze aufnahme dahin wo ich jetzt noch so schön viel gemacht habe mit dem bau um das noch kurz zu sagen was wir gemacht haben ist immer wieder zu dieser brücke hin zu laufen und dann hat er gesagt wir sollen noch mal bretter hinlegen ich habe übrigens einen kleinen fehler gemacht die bretter konnte man wohl alle hinlegen an dem tag nur am nächsten tag kann man wieder neue holen es sind aber immer fünf oder sechs bretter glaube ich dann brauchten wir nägel die haben wir dann vom schmied geholt vom eingangsbereich hier in moorland der der uns immer noch nicht unsere hufeisen die versprochenen gegeben hat dann brauchte er nicht er brauchte so ein klebemittel das haben wir dann suchen müssen da sind wir einfach nur der spur gefolgt das war dann auch so bis kurz vor dem eingang hier von moorland wieder und ja dann war eigentlich da muss man das ganze wieder oben an der brücke anbringen und bis dahin konnte man noch machen und den rest konnten wir jetzt leider nicht machen so ich würde jetzt allerdings gerne noch eben die quest hier machen beziehungsweise das mit den fotos noch machen rette die rettungsringe kenne ich jetzt gar nicht das müsste jetzt was neues sein das schauen wir uns gleich mal an aber wir machen erst mal die sache mit den fotos na wenn das nicht meine persönliche fotografin ist mache dieses mal drei fotos die postkarten verkauften sich noch schneller als ich dachte hier hast du die kamera immerhin bekommt man hier 70 schilling für so ein auftrag das ist wahnsinnig viel mal schauen das ist irgendwo hinter uns ja dachte ich mir schon das ist quasi außerhalb ach die rainbow foxes die sind mir schon mal öfter über den weg gelaufen da ist schon mal eins brauche ich die kamera wo ist das hell hilfe ich denke mal wir müssen dann da rund an die album ist noch eins zwei doch zwei so gut wir machen zwar jetzt immer die gleichen fotos aber das soll mir ja im prinzip egal sein jetzt gehen wir hier mal vorsichtig hin und damit hätten wir das auch erledigt ja im moment ist es mit meiner festplatte leider etwas nervig das wollte ich noch kurz erwähnt haben weil alle drei festplatten im pc voll sind alle festplatten die externen habe ich auch alle voll mittlerweile und ja ich weiß absolut nicht mehr wohin mit meinen dateien das ist jetzt das problem und deswegen lade ich auch in letzter zeit doch so viel hintereinander hoch weil ich irgendwie versuchen muss platz zu machen danke susanna die rettungsringe an den stränden um fort pinta sind nicht wo sie sein sollen sie werden vom wind weggeblasen und die touristen benutzen sie als spielzeuge sie verstehen nicht dass diese ringe leben retten können und deswegen an ihrem platz bleiben müssen reite zu den stränden in fort pinta finde fünf rettungsringe und bringe sie dahin wo sie hingehören es gibt vier brücken die jeweils einen brauchen und dann sollte ein weiterer an der wand am wasser unter dem fort hängen okay sind übrigens auch wieder 70 schillinge ich hoffe dass man das täglich machen kann das wäre nämlich cool muss ich mit dem noch mal sprechen ne ist jetzt nur das ausrufezeichen okay gut ich denke mal wir müssen logischerweise nach unten zum strand hat er auch gesagt dass es am wasser sein soll die frage ist jetzt nur moment da ist einer da ist eine quest die können wir auch gleich noch annehmen so rettungsring ja aber ich habe keinen ach so die muss mal einer dranhängen ah ja 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 okay okay also da müssen wir die dranhängen und ich vermute mal geradeaus werden wir die wohl irgendwo finden hier ist auch was zum dranhängen ja hier ist ein rettungsring da hinten ist auch noch einer da hinten ist auch noch einer da hinten ist noch einer moment hallo bleibst du mal stehen wenn wir jetzt eh schon mal so weit hier hinten sind können wir den auch dran machen wo man da hinten ist noch ein rettungsring so dann gibt es wohl welche oben wenn ich das richtig sehe ach nee oder auf der anderen seite hier das kann natürlich sein ja so den tun wir mal direkt dran ja bloß nicht drum herum genau halt stop stop habe ich gesagt so dann schauen wir mal ein oder zwei müssen wir noch holen da hinten meine ich war doch nur eingekreist dass wir da einen hinbringen müssen da hin auf jeden fall oder haben wir jetzt schon alle rettungsringe ja ah ja okay dann brauchen wir die noch hier hin zu bringen ja super einmal da jetzt weiß ich gar nicht ob ich jetzt von hier aus dahin komme wahrscheinlich nicht ne das war klar das ist jetzt hier zu dann gehen wir mal kurz hier zu der questgeberin ich sehe dass du auf einen pferd reitest magst du pferde dann bin ich fest davon überzeugt dass du möven lieben wirst warum möven sind abenteuer lustige kreaturen die so ziemlich alles können sie geben dir das gefühl dass das einen überkommt wenn man eine bindung mit einem pferd eingeht du bist sicher schon eine verbindung mit einer möwe eingegangen nicht wahr wunderbar aber warum sollte man bei einer aufhören schließlich weiß doch jeder dass möven am besten im team arbeiten du bezweifelst dass eine möwe ein gutes haustier sein kann normalerweise würde ich dir dabei auch zustimmen aber das sind möven die ich von der ölkatastrophe von ged gerettet habe und sie suchen nach einem guten zuhause kannst du ihnen ein gutes zuhause bieten ja klar hallo ich nehme das geld ja gerne an aber schau nur viele mövchen schau nur viele möven suchen nach einem netten menschen der sie unter seine fittiche nimmt ja aber warum durfte ich dich grad nicht ansprechen hm ok ich habe jetzt weder eine möwe bekommen noch sonst was achso man kann die kaufen ja ihr seid doch bekloppt als ob ich mir eine möwe kaufen möchte also schon gar nicht zu den extrem hohen starcoin preisen wenn ich bedenke wie wenig man davon bekommt und wie viel man letztendlich für die pferde ausgeben muss schon und äh ich bin ja jetzt schon am überlegen was ich jetzt genau mache moment da hinten ist auch noch einer der was verkauft das ist bestimmt das was meine tochter mir gesagt hat mit den badeanzügen hier soll nämlich eine badeanzüge verkaufen hallo nein wenn du stoppen sollst sollst du stoppen so den hängen wir noch eben auf dann haben wir das auch erledigt ja komm hallo du darfst gerne noch zwei schritte vorwärts gehen so danke susanne jetzt herrscht wieder ordnung und sicherheit an unseren stränden du hast ja keine ahnung wie viele touristen hier ins wasser fallen und deswegen auf die rettungsringe angewesen sind nö habe ich wirklich nicht hallo susanne oh oh du und sunny princess sieht ein bisschen müde aus nee ich will nicht hier übernachten ich habe doch gerade erst angefangen Leute so und ähm habe ich jetzt hier noch ähm noch ein ausrufezeichen das kann natürlich das eine sein also wir machen uns jetzt erstmal auf den weg nach oben zu dem einen bereich wo das jetzt stattfinden soll ja wo wir vermutlich noch nicht hinkommen werden was natürlich schon irgendwo eine sauerei ist dass man das fest nicht mitmachen darf als neuling ich meine ich hätte ja sofort alles freigeschaltet hätte ich jetzt im vorfeld schon gewusst dass ich es machen muss hm was auch ein bisschen blöd ist dass die karte unten sich mit dreht das mal so als tipp vielleicht für die spiele mache wenn die karte ruhig stehen bleibt dann weiß man auch in welche richtung man reitet weil wenn die karte sich mit dreht weiß man nur ja dass man den weg entlang reitet aber nicht in welche richtung man reitet das ist ein wenig ähm Moment hier muss ich denn reiten ich sehe ja hier leider nichts das ist ja so klein ich würde sagen hier schräg geradeaus Silverglade Village auch nach oben Silverglade da habe ich auch noch eine Quest sehe ich gerade oder? und wir müssen natürlich auch noch Spirit Quest machen die hat er jetzt zweimal abgebrochen weil ich mich leider ausloggen musste ja und das Problem ist dass der ähm geht das noch? das ist eine Pferdestrecke hier ähm das Problem ist auch noch dass Spirit dass ich den ja irgendwo bei mir in der Nähe hatte und ich ihn jetzt nicht mehr in der Nähe hatte äh nicht mehr in der Nähe habe weil ich mich ja wie gesagt ausloggen musste ach da hinten fliegen sogar mitten in der Nacht noch Heißluftballons rum ist doch irgendwie ein schöner Anblick okay hier ist das Baugebiet so wie es aussieht die Silverglade Felder Silverglade habe ich auch schon was von gehört ach so genau da mussten wir ja was hinbringen was sich leider auch resetet hat nebenbei bemerkt weil ich mich ausloggen musste was ich natürlich genau neben dem Ziel gemacht habe ja oh 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 stopp hier gibt es Pferde zu kaufen komm komm lauf was ist das? was ist das da oben? oh nein oder die haben diese oh 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 bleib stehen bleib stehen Level 12 ach ihr wollt mich doch verarschen immer wenn ich ein schönes Pferd gesehen habe ich wollte schon Felser da muss das mindestens irgendwie ein Level haben ist auch Level 12 ich meine der andere das ist Shire das gefällt mir also wenn ich das jetzt hier in Weiß finden würde muss ich ganz ehrlich sagen würde ich das wahrscheinlich erstmal holen steht da hinten Spirit? auch Level 12 war ja klar Stärke Disziplin und Agilität okay die Friesen sind schon klasse ne es ist nicht Spirits aber so ähnlich aus Lusitano hat auch gute Werte Beschränkung auf Level 7 aber wenn dann würde ich gerne so eins mit so einem Schweif halt holen eins mit dem Schweif genau die anderen Pferde haben ja keinen Schweif ähm ja wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt zwei 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 Untertitelung des ZDF, 2020